Herzlich willkommen auf dem Campingplatz Areschlucht in Inertkirchen. Der Campingplatz liegt direkt am Fuße der Alpenpässe Grimsel und Susten. Der Platz ist ideal für Wanderer, Bergsteiger und Biker. Das Dorfzentrum Inertkirchen ist zu Fuß in 10 Minuten erreichbar. Dort findet ihr Einkaufsmöglichkeiten sowie diverse Restaurants. Von Inertkirchen fahren auch Busse zu den Pässen. Am Platz selber gibt es natürlich Wasser, Strom sowie Duschen und einen Brötchenservice. WLAN ist auch in einer recht guten Qualität vorhanden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kleiner Rundflug über die Areschlucht. Der Eintritt kostet 10 Franken, aber mit der Touristenkarte vom Campingplatz erhält man einen Rabatt von ca. 2 Franken. Die Areschlucht ist etwa 1,5 Kilometer lang und es lohnt sich auf jeden Fall diese zu besuchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020